Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors! Beim letzten Mal haben wir die eine versäumte Folge wieder aufgeholt und aufgenommen und haben die Skyward Sword Ära abgeschlossen und sind jetzt wieder in unserer eigenen Timeline angekommen und wir nehmen den Link mit dem Einhänder und mit dem Edelschwert. Mal sehen, ob es einen optischen Unterschied gibt. Bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Look out! Ich finde Sia übrigens... Ach Quatsch, Sia, gar nicht wahr. Ich finde Lana übrigens ziemlich niedlich mit ihrer Art. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, in welcher Timeline wir jetzt gerade sind. Drei Siegelstatuen. Okay. Wir schaffen das. Finde und aktiviere die Siegelstatuen. Natürlich. Der Tempel des helligen Schwertes ist nicht zugänglich. Deswegen sind wir ja auch gerade auf der Suche nach dem ganzen Zeugs. Gut, hier kommen wir nicht durch. Wir kommen von hinten natürlich hier rein. Ja, war fast absehbar. Die Geistertruppen wurden an verschiedenen... Was bitte? Das mag ich aber gerade gar nicht. Okay, wir rennen einfach alle über den Haufen. Schön. Wow, was war denn das gerade krass? Ich meine, ich habe im Basar neue Attacke gekauft. Ich gebe es zu, aber das ist ja gerade... Das ist ja krass. Ich glaube, die Wirbelattacke konnte ich schon immer machen. Aber ich habe es nicht einmal gemacht. Äh, ich bin doch gerade im Südplatz, oder? Wo bin ich denn? Hier. Hallo. Äh, ich kann nichts damit machen. Okay, der Huni ist ja schon von Wasser und Feuer. Ach, ich muss jetzt auch noch jeden dorthin geleiten, oder was? Okay, das ist eine ziemlich coole Idee. Ja, tatsächlich. Die Wirbelattacke konnte ich hundertprozentig schon immer machen. Achso, und die sind jetzt offen, ja? Okay, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Die Frage ist nur, die haben keine... Ich weiß nicht, ob ich die besiegen kann. Weil irgendwie... Also ich dachte, das gehört halt jetzt so einer vierten Einheit, oder so einer dritten, wie beim letzten Mal. Da waren die auch gelb. Aber irgendwie... Was sieht hier gar nichts mit denen? Ui, jetzt ist es blau. Was ist denn los? Ich habe noch nicht ganz mitbekommen, dass ich die besiege. Okay. Na gut, wir werden das schon hinkriegen. Ein paar Darunia und Midna dürfen nicht fallen. Oder nicht fliehen. Na gut, das ist das Gleiche in diesem Fall. Dann übernehme ich mal... Kann ich hier was übernehmen? Ne, irgendwie nicht. Und aus irgendeinem Grund leuchtet meine Hand. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Ha. Na gut, okay. Die kriegen das hier schon hin. Äh, ich gehe noch mal ganz kurz hier rein und dann zurück. Dann nach links. So, schauen wir jetzt mal hier. Ich gehe die Gegend noch an. Warum geht der eigentlich den Weg da oben? Das ist der ungünstigste Weg, den er gehen konnte. Von allen. Okay. Also, ich mache auf jeden Fall Schaden. Weil ich besiege irgendwelche Einheiten. Ich habe nur das Gefühl, dass sie gar keine Einheiten kontrollieren. Also gar keine Festungen. Gut, da kommt Agneta hin und Midna. Okay. Okay. Perfekt. Genau. Die Schattens und die der Schmetterlinge? Das klingt irgendwie sehr seltsam. Wo ist nichts? Wow, was ist los? Das finde ich gerade so nicht okay. Ähm. Keine Einheit zum Anwählen? Warum? Da hinten. Okay. Ha. Weiß noch nicht so ganz, wie ich die Mission finde. Also, die Idee bis jetzt ist cool. Mit den Geistersoldaten auch. Und mit dem Übernehmen. Interessant. Aber das hier hinten stört mich noch so ein bisschen. Okay. Die brauchen natürlich noch ewig. Und die gehen wieder den entlegensten Weg. Da ist noch... Wo gehst denn die jetzt? Wann habe ich überhaupt nicht gesehen, was das für Symbole waren? Das war ein Katana, glaube ich. Das könnte vielleicht für Impa sein. Keine Ahnung. Ah, okay. Das ist tatsächlich... Die ist also schon am Ziel angekommen, wie es aussieht. So. Dann gehe ich jetzt mal schon noch hier runter. Lana hat, glaube ich, keine eigene Statue bekommen. Ich mache mal kurz das hier. Ich glaube, das ist besser. Danke. So, jetzt hat Lana wieder einen freien Rücken. Ich komme hier nicht voran. Ja, okay. Ich war gerade noch bei dir. Da war überhaupt nichts. Wo ist dein Problem? Renn doch einfach durch. Ach. So, siehste. Guck, ich kann das auch. Dann kann ich ja weitermachen. Ja, kannst du. Tatsächlich. Das hast du richtig erkannt. Äh, wenn du vielleicht nicht... Gut, okay. Ach, sieh mal an. Jetzt gehört es auf einmal uns. Ich konnte also doch was unternehmen. Aha. Ich bin verwirrt. So, und der Magnus von Midda, der ist... Der gammelt hier unten. Äh. Nein, der gammelt dort doch hier unten rum irgendwo. Genau. Da ist er. So, stimmt. Die blockieren einfach nur die Wege, wie es aussieht. Ja, weiß jetzt nicht, wie ich das finde. So. Platz gemacht. Ist der besiegt? Ja, er ist besiegt. Ach, ich mag das, wie Midda sich freut. Schön. So, dann machen wir den hier noch platt. Weil das müsste ja auch ein übernehmbarer Punkt sein. Ja. Gehört auch uns. Ach, sieh mal an. Die sind also beide angekommen. Dann ist jetzt nur noch hier das Problem, ja? Ja. Na dann. Wirgeln mir mal hier noch die ganzen Einheiten platt. Und dann ist ja ja eigentlich auch gar nichts mehr zu tun. Ich bleib mal lieber bei denen, die hier hin müssen. Es wundert mich ein bisschen, dass Agneta quasi noch nirgendwo ist. Sie ist irgendwie auch nicht da. Das fand ich bei der Cutscene übrigens auch sehr seltsam. Da sagt sie, sie hat ihnen erzählt, dass das und das passiert ist. Aber eigentlich waren nur zwei dabei. Und dass Zelda, die auf einmal herteleportiert hat, hat auch irgendwie keinen gewundert. Vor allem weiß doch gar keiner, ähm, von denen, die aus der Zeit kommen, dass da Zelda existiert. Ich meine, Pfeil weiß das nicht. Und woher soll Midna das wissen? Das war ein bisschen seltsam. So. Ja. Okay. Was ist das? Zufall, wer hier steht? Na gut, okay. Du hast es auf jeden Fall aktiviert. Insofern alles gut. Das scheint zu klappen. Ich behalte das Ganze noch ein bisschen im Auge. So. Midna weg die Statue. Ist jetzt auch quasi am Posten wahrscheinlich festgebunden. So. Und hier ist jetzt überall nichts. Die Statue ist noch nicht erwartet. Sie dürften mich nicht besiegen. Ah, mit... Oh, Impa, du bist da unten. Das habe ich nicht mitbekommen. Oh, nee. Damit sollten sich die Tore zum Tempel öffnen. Das heißt, sie hat das vor und auch schon geöffnet quasi, aber ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ja, gut, okay. Dann machen wir einmal hier den Magnus-Typen platt. Gut. Und dann gehen wir einmal schnell zu Impa und helfen ihr. Äh, sieh sie nicht? Da. Gut, okay. So. Wichtige Leute überall. Schade. Gut. Den kriegen wir jetzt mit der Wirbelattacke weg. Dann holen wir uns vielleicht noch hinten den, ähm... Gelben Krug. Ach, war nur Power-Up verbunden. Schade. Na gut, okay. Hier sind jetzt wieder unglaublich viele Einheiten, die stark sind. Das ist zum Beispiel was, was mich wieder ein bisschen nervt. Okay, so, der ist weg. Äh, da ist noch einer gewesen. Okay. Aber wie es aussieht, müsste es das jetzt eigentlich gewesen sein. Okay, gut. Die bösen Heinzeln sind weg. Machen wir mal noch hier ein bisschen, ähm, Platz. Schnappst du euch, schnappst du euch. Ich weiß vor allem manchmal gar nicht, wo die Nachrichten so genau herkommen. So, das ist... Nichts. Fantastisch. Und jetzt hat sie überall nochmal kleine Miniposten beschworen. Aber es sind... Wie gesagt, die Festungen gehören niemandem. Das ist irgendwie ein bisschen kompliziert gerade. Hm. Na gut. Ähm. Impa kämpft hier eingeschränkt. Mich stört das halt, dass hier so unglaublich viele Gegner sind und ich einen, ähm, Charakter, der nicht fliehen darf, alleine lassen muss. Na gut, aber ich meine, was sollen wir anderes machen? Gut, wir schaffen das. Was ist denn da oben? Die sind alle irgendwo dort am Kämpfen. Das heißt, es ist schon so gedacht, dass die jetzt quasi beschäftigt sind. Das war nur gerade bei Impa vielleicht ein bisschen blöd, weil wir die am Anfang nicht gesehen haben. Ähm. Andererseits weiß ich jetzt gerade nicht so ganz... Äh, ist der jetzt weg? Ja. Oh, wartet mal. Hier ist noch was Großes. Mit der Kiste drin. Schön. Und wir haben... Ah, eine Waffe drin. Na gut. Das soll mir recht sein. So, und ich muss die jetzt irgendwie alle davor beschützen. Ist das möglich? Dann gehe ich jetzt nochmal schnell zu Midna und schaue, was da am Laufen ist. Ja, das sind nämlich auch gerade ein paar große. Und so lange wie die hier sind, beschwören die wahrscheinlich irgendwas. Und wenn die da lange genug sind, geht dann das Tor auf. Und dann können die wahrscheinlich auch alle wieder abhauen. Und sind geschützt und alle sind glücklich. Wiß Trenn. So, wie die da ist. Trenn. So, wie déf Vielen Dank.